Mit rechts beginnen wir 5, 6, 7, 8. Ein hier in Hoog, ein rechts in Schrappel. Ein hier, Hoog, link in Schrappel. Rock der Fliege noch lassen. Ritt den Turn, es wird den Turn, ein pet fort. So, noch einmal. Um das geschneidiger zu machen, auch ich verkeh's das immer. Weil hier du ja selber einen Eintritts, wenn man ein Drehen macht, den jeweiligen Arm in einer Tegelstrecke, oder? Das ist gut. Ich stecke mir auch mal ein bisschen runter, Sascha, überlassen, Jo. Sieht aber auch schlimmer aus. Wenn man den Arm, den man frei hat, das ist immer noch einfach rückgelegt, geht noch mal los. 5, 6, 7, 8. Hillbuck. Rechstockschuttle. Hillbuck. Rechstockschuttle. 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 Ne哥. We sh 성. Trained. In Backrock, in Side-Shuffle, in Backrock, in Side-Shuffle, in Backrock, in rechter Shuffle, Step-Türn-Halb und Step-Türn-Halb, linker Shuffle, Step-Türn-Halb und Step-Türn-Halb. Super. Die Frau macht den Shuffle-Türm in Shuffle-Türm. Wir drehen uns dabei natürlich wieder die rechte Hand nach oben, linke loslassen. Es geht im Kreis rein, also nach links. Der Mann macht dazu den rechten Shuffle, den linken Shuffle. 5, 6, 7, 8, mit Shuffle-Türn und Shuffle-Türn-Halb, richtig ausgeführtes, leber Fuß nach vorn, rechter Schritt nach hinten, Gewicht auf links. So weit, alles klar. Super, dann kommt es. Die Frau macht den Shuffle-Türn-Halb, richtig ausgeführten Menschen, die was da ganz bin. So weit, alles klar. So weit, alles klar. So weit, alles klar. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020